Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fabelcraft. Ich habe jetzt mitbekommen, dass man doch drei Folgen vorproduzieren darf, deswegen mache ich das Ganze auch und ich bin jetzt bei der zweiten Folge logischerweise. Ja, also das dazu. Man darf halt vorproduzieren und die Folgen dürfen sogar maximal 30 Minuten lang sein, aber ich werde das nicht machen, weil wer guckt sich schon eine 30 Minuten lange Folge an? Ich werde es immer so zwischen 15 und 20 Minuten machen, vielleicht auch mal 25 und wenn es mal Megabock macht, vielleicht sogar 30 Minuten, aber ich glaube eher nicht. Ja. Okay, gut. Wir bauen jetzt hier nochmal den Rest ab und das Kupfer natürlich auch. Das ist mir auch wichtig. Ich habe da gerade Feuer und Lava gehört, das heißt wir sollten hier uns mal rausbegeben, ich weiß nicht woher die kamen, aber sicher ist sicher. So. Ja und ich freue mich auch schon mit anderen Leuten aufzunehmen, deswegen nehme ich jetzt diese Folge noch so auf. Ich weiß nicht, ob ich noch eine alleine aufnehme oder ob ich vielleicht bis heute Nachmittag warte, bis dann jemand Zeit hat. So, zack. Okay, nice. Wir sind ganz gut dabei, würde ich sagen. Oder würde ich mal behaupten. So, Ofen. Wo ist der Ofen? Ah, hier. Okay, ich bin dumm. Okay. Sonst gab es ja gar nichts, ne? Hier war es, ging es glaube ich weiter, ne? Äh, wo ging es raus? What the fuck? Ach, ich glaube, es ging sogar noch woanders raus. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin einfach so unfähig und dachte, ich baue mich jetzt hier einfach hoch, Leute. Und habe dabei sogar noch Kupfer gefunden, das ist nice. Dann können wir uns Schwert und Dings schon machen. Ich baue es jetzt einfach nur ab, weil es im Weg steht. Oh, 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 oh. Da kam also die Lauber her. Aber viel Spaß, wenn du uns Wasser fließt. Okay, das war mega knapp. Hä? Kann der sich ausbreiten? Ihr dürft jetzt natürlich nur nicht sterben. Das wäre jetzt ärgerlich. Oh, ich bin dumm. Ähm, womit ist mir das her? Ich bin leicht irritiert. Also ist klar, wir können jetzt hier ja noch weiter farmen, aber ich würde auch gerne mal raus und mir so eine kleine Base, ähm, machen. Ich baue mich jetzt hier einfach hoch, Leute. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Weil so weit runter sind wir jetzt ja auch nicht. Was ist das eigentlich? Marble. Kann man daraus großartig viel machen? Marble. Ja, anscheinend kann man da solche Sachen rausmachen, aber nichts Wichtiges jetzt für uns erstmal. Ja, außerdem suchte ich mir nebenbei auch noch mega viel Varro. Also von den Folgen. Und jetzt weiß ich, was da oben war. Da oben fackelt einfach irgendwas ab. What the... The gosh. Aber gut. Hier ist ein Lavasee, daher kommt also die Lava... Ich muss mich an die Standardsteuerung übrigens ein bisschen gewöhnen. So. Nein, nein, nein. Meine Sachen sind höchstisch eigentlich verbrannt. Nice. Das Wasser hat mich dahin gezogen. Bin so dumm. Gut. Dann war's jetzt von dieser Folge. Aber alles natürlich wieder gut geschafft. Bis zur nächsten Folge. Ich werde mal gucken, ob meine Sachen verbrannt sind. Und ich nehme jetzt direkt eine auf. Dann habe ich jetzt drei vorproduziert. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao. Ciao.